Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Speedrunners, mit Wooden4, dem Bonnie, mit dem Toach, und dem Ender Gaming, und einem Gast. Ein stiller Gast. Seid klar, puh! Ein stiller Gast, der sich nicht vorstellen will, alles klar. Ja. Ah, wollen wir keiner doch reden? Er hat ja gesagt. Ja, ich hab ja gesagt. Oh, ich hab voll die rotige Führer. Oh nein. Ganz billig dagegen gelaufen. Fuck, der war glaub ich ganz zu gut, um dann zu laufen. Boah, was eine Assi-Aktion. Also ich hab den Spikes aus. Ach, Mann. Gleich dran erinnern. Gleich dran erinnern. Mama. Hey, dey 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 dey. Wir sind da vorne für ein hässliches Hütchen am Laufen. Das ist nicht hässlich, das ist zauberhaft. Zauber... Zauberfestlich, so nennt man das also. Wir läuften ja jetzt irgendwo rein. Ja gerade, das war ich. Aber das war das erste Mal, als ich vorbeigen gelaufen bin. Die war hart, wa? Die war geil. Wie die Kugel zurück auf allen ist, ey. Die war hart. Die war hart göttlich, glaub, oder? Nee, nee, vergiss das. Vergiss das, wo du warst draußen. Das ist doch schon mit... Fuck, ich will den selben Fehler gemacht. Das hast du verschenkt, du gewinnst jetzt eiskalt. Außer du kriegst Eis-Strahl. Aber ich krieg Eis-Strahl. Nein. Ja, lauf jetzt rein. Ich hab Zeit. Wieso hüpfe ich da, Eis? Wieso hüpfe ich die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ja, du warst meiner Meinung nach aus dem Bildschirm raus, ey. Es ist geschummelt, scheiß Hostvorteil. Auf schneller, Hütchen! Ich komme zum Rupfen! Nein! Fuck. Wie hab ich in die Dinger reingegrabt? Ja auch gerade. Nein. Nein, nein, nein. Oh, war aber nichts. Nein, nein! Oh, der ist das Hühnchen gestolpert. Oh, der ist das Hühnchen gestolpert. Da ist das Hühnchen gestolpert, Mama. Oh, er war zu weit. Wagen dich, André. Ich hab voll verkackt damit. Ja, nein. Ich bin auch dabei. Alles gut. Oh, ich bin schon da auf dem Verkehr rum. Gut. Oh, du sollst dich Kisten mitnehmen. Ich hab auch noch ein Item. Oh, Mann, mach! Ja! Ganz klar! Ja! Ganz klar! Ich hab ja einen Tick später aktiviert, als über den Ding. Weiß wenig. Ah, hab ich wohl verkackt, ey. Nein! Da bin ich zu hoch gesprungen. Lauf! Lauf! Das war so. Scheiße! Ich hab den Einspruch verkackt. Du hast Ehrnck. Warum gönnt mir das keiner? Ach, ja! Nein! Komm, Ehrnck! Du schaffst das! Oh, der ist auch so wild giftig. Ich will das Item haben. Ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Ah! Haha, Aschlecken. Du hattest noch eins. Ich hätte lieber einen Ice-Schlag gehabt. Jeder hätte lieber einen Ice-Schlag gehabt. Ah, jeder hätte lieber einen Ice-Schlag gehabt. Ah, das hat mich. Wie sind beide da ruhig dort Helden geblieben sind? Nice rocket, du. Und? Puh, ich bin am schwitzen gerade. Nein! Boah, lass das. Hühnchen. Boah, Hühnchen, du liegst ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Nein! Ja, du bist der Host! Ach, lüg doch nicht! André darf nicht gewinnen. Haha, ich bin krankt. Einfach bei Titch, ey. Wieso darf André nicht gewinnen? Ich hab auch gerade einmal gewonnen. Ich darf das. Faust, Faust, Faust. Ja, Erik hat noch einmal gewonnen. Erik, denk immer an Faust. Noch, noch ist nicht... Fuck. Wenn Erik dich tatsächlich noch gar nicht versteht, denk immer an Faust. Fuck, da hab ich verkackt. Ich hatte ja jetzt Item... Okay, er hat auf den Hook gehabt. Das hab ich nicht gesehen. Komm schon! Komm Erik, komm! Komm Erik, komm! Du schaffst das! Oh, da hat er die Gist mitgenommen. Faust, Faust, Faust. Denk immer an Faust, Erik. Faust motiviert mich, das weißt du. Echt jetzt? Ja, Faust motiviert mich. Denk nicht an Faust. Fuck, jetzt können wir das Wort Faust sagen. Boah, lass doch mal deine geile Schippe fallen, Junge. Fuck, die wusste er! Das wusste er, das wusste er! Ach, komm! Da gibt das auch. Der soll die Schippe deine nicht vorhandenen Speichen... ...schmeißen. Komm, doch mal Kisten. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, da kann Kisten. Oh, jetzt kommt die zweite Stelle! Wer ist die Stelle alleine? Komm schon! 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 Das war aber nix! Scheiße! Das hast du verschenkt, André! Ja, was heißt verschenkt? Wir sind auch beide da vorne. Nein! Was hat denn? Nein! Das hab ich auch nicht gestacheln gehüpft. Glück für dich, dass das keine little Spikes sind. Ja, das stimmt. Ach, er hätte schon längst 3-0 gewonnen. Ich? Ja! Hab ich auch gedacht. Nee, ich. Wir sind am Anfang voll nicht frei geskipft. Boah, Entschuldigung. Malzeit, ne? André! Ich gewinne es nicht, ne? Vergessen. Doch, das war es für euch. Hihihihihi! Will ich auch mal die Stelle! Oh, jetzt kommt die interessante Stelle. Nein! Fuck, das war zu früh! Nein! Ich hab's verspielt! Ich hab's verschenkt! Das hätte ich schon haben können. Oh, weiß, kommt der Brust gleich. Ich hab den falsch klopft gedrückt! Den hab ich verschenkt, ey! No, Leute! Nein! Der Ausgewicht, der Tim! Das kommt noch, ja, meine... Das ist noch ein kleines bisschen roter... Nein! Nein, 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 nein! Fuck, den hat der Beste genommen. Lass auf, springen! Oh! Oh! Ich bin ein Dreckigasi, ne? Nein! Lauf! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich wollte das Item haben! Ich wollte das Item haben! Ich hänge nicht, weil ich das Item wollte! Du hast ja bekommen, ne? Ja, ich hab's bekommen! Ich hab's ja gerade verspielt! Ich hab's ja gerade verspielt! Uh! Oh! Ja, ganz klar! Oh, wie Arsch! Nummer 2! Oh, nein, das ist Nummer 1! Du kannst einfach nichts! Ich hab das Gefühl! Ich hab's doch nicht, dass Mann das hier vorne! Ja, Niklas! Ey, da war die... Oh nein, da hab ich jetzt drin! Da hast du Schwung, die sind verkrackt! Ja, die sind mich verkrackt! Ist das ein fettes Hühnchen, ey! Vor allem dieser ist das Originalhühnchen nicht genommen! Gelb-Pink, ey! Ach komm Niklas, ich seh gleich nichts mehr! Gah! Ganz klar! Jetzt kommt Beratendisziplin! Ah, das war ich verkrackt! Ne! Nein! Was soll... Boah, du bist so ein Stück, ey! Das ist unglaublich! Wir haben mich an der Kante erwischt hat noch, ey! Was kann man noch durchschicken, ey? Ich mach, äh... Kein Taki-Frei-Chicken aus hier! Tschüss Niklas! Product Placement! Da bin ich nicht raus! Ne, kein Product Placement! Uns will keiner sehen, also wir will uns auch keiner an Product Placement an! Nicht so negativ denken! Oh, drei Sekunden noch! Und alle sind noch dabei! Okay Niklas sieht eng aus! Man muss nichts mehr tun, als würden die Leute, die uns gucken, Katapulte nach Gondor ziehen, also! Haha! Du, was weißt du denn? Fuck! Da wollte ich wieder zu viel! Ah, das war... Oh! AAAAAAAA! Ach, Scheiße! Fuck! Wieso komm ich denn nie drüber, ey! Lol! Ja, genau! Nice! Scheiße, hab ich verspielt! Komm, du musst das machen! Wie schaffst du das? Wieder abzugehen, der B-Note mir geholt, ey! Boah, der war assig! Der war assig! Er hat verkackt! Komm! Nice! Nein, das... Ja... E, E, E! Y! Oder... Je nachdem, auf welche Taste du das hast... Oh, ich hab doch gedatscht! Ich hab zu kurz gedatscht! Gedatscht! Ich hab doch gedatscht! Ja, gedatscht! Gedatscht! Nice! Ich hab die ganze Zeit an dich geglaubt! Er liegt! Guck mal, was der Team da hat! Eisstrahl! Guck mal, was mit dem Team gerade passiert! Die Nudel! Ah, geil! Nichts abhangen! Wiii! Schu-schu-witz! Schu-schu-witz! Fuck, das ist mal! Easy! Eisstrahl! Fuck, hast du Schwein gehabt, Tim? Kleiner Faserlack, ey! Erik! Erik, du musst das schaffen, du schaffst das! Ja, ich mach das schon! Keine Sorge, Erik, ich mach das! Erik! Fuck! F***! Ich hab' wieder hochgehüpft! Hehehe! Oh nein, Eisweiser! Eisweiser! Eine Bombe! Fuck! Fuck! Nein! Alter, hatte ich gerade eins gegrabt und lass los! Geht los! Nein! Nein! Du hast dich richtig verschickt. Ich hab die ganze Zeit die Bombe gehabt. Ich dachte mir, du musst nur vor ihnen kommen. Ich glaub, dass du nicht. Ach, Hübchenfarbe will er ändern. Ah, dankeschön. Alle mal X drücken, bitte? Oder ich weiß, ich weiß... Du meinst A. Nein, jetzt hab ich den Moonraker genommen. Egal. Moonraker ist grau den männlichen. Aber so ähnlich. Na klar! Oh, nein, klapp! Oh, nein, klapp! Ja! Komm, uh, Trasky! Ja, nein, es kommt eins noch! Ja! Haben wir jetzt was fertig gemacht, ne? Ich mache jetzt fertig, ja. Ey, das zwölf ich allerdings. Das ist ein letzter, ey. Oh, da mach ich. Ich hab so kackt. Ich auch. Nein! Ich flieg! Gehe gegen eine Wand. Oh, Niklas, was ist los? Lass das! Nice! Niklas! Fuck, jetzt hab ich Spur verkackt. Okay, den hab ich verkackt, die Abkürzung. Nein! Spring, spring! Boah, was ist los, Niklas? Niklas, Alter, was du... Was du... Jetzt holt der Skills raus hier. Boah, die Kugel ist einfach beim Aufbrauch auf die Erde kaputt gegangen. Ja. Fuck! Nein, das ist... Fuck! Fuck! Ey! Was war das? Ich hab mich nur geschafft! Fuck! Alter, wie du raus hast! Ich fliege Niklas ab, hör mir, ey! Die Hure! Boah, danke Niklas, hast du mir den Weg freigemacht. Boah, da flieg ich allen davon! Ich seh zwar nichts mehr, aber ich bin allen davon geflogen. Oh, was ist los? Ah! Oh, was? Oh! Oh! Alle voll verwirrt. Max, wie man Verwirrung rausgehauen. Oh, was kamut. Oh, das ist die getroffen hat, die Kugel. Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Aber ist das schön, wenn jemand so eine große Schnauze hat und dann so kassiert... Oh, was macht ihr denn? Oh, da hat er eine Kante nicht. Oh, oh. Ach, Mist. Keine Abkürzung. Los, Erik. Ah, schade. Und noch einen Eistrahl kassiert. Da ist die Kisten oben. Keine Schmerz. Boah, der war nice genommen. Ich bin noch schnell. Genau. Ich bin noch schnell. Und hab mich sehr schön direkt geblendet. Und jetzt hab ich gerade fast echt so cool erwischt. Oh, das tut leider jetzt... Wie er einfach weiterläuft. Ich bin das gemein. Ich hab mich wieder mit meiner eigenen Kugel erwischt. Nein! Ja, wieso hast du überlebt und ich nicht? Das ist doch verarsche. Scheiß, du hast total... Du warst genauso weg wie ich. Komm, das darf der nicht gewinnen. Dann bin ich echt nicht befriedigt heute. Dann bin ich wütend. Nice. Nice. Hol's hier. Nein, ich hab gedacht, du machst das ja. Schönes Ding. Wunderschön. Ich bin stolz auf dich. Ach, wieso bleib ich denn da unten immer hängen? Was macht ihr zwei denn da? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Da wäre ich stehen geblieben. Wuii. Wuii. Fuck, der war nix. Nein! Fuck, der waren noch mehr Kisten. Der waren noch mehr Kisten. Und da waren noch mehr. Wuii, da war ich abstecher in die Wolken. Bin ich in die Wolken geflohen. Wuii. Wuii. Ja, Nenntigkeit und viel weiter. Ja, den Loslassungen verpasst, ey. Nochmal, ich glaub, sagst du, alles klar. Ich bin meiner Typen auswählen. 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 Das war nur die Frau, das war schon drin. Immer den. Ja. So, ich mach's so. Immer den, ich guck mir den mal. So, ist das so ein Y... Ne. Seid ihr drin? Äh, weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Hast'n gemacht? Ja, ja, ist er drin. Also, ist das Spiel los? Ja. Ah, ist geht echt los? Okay. Also, ich dachte schon, wär's irgendeine Scheiße gebaut. So, wer hat den Hirsch genommen? Ja, wie der Hirsch, geil. Ja, wie der Hirsch, geil. Fisch. Und zu, Helter, Hirsch. Ah, ein Beinchen gestellt. Eins, wo? Oh, ne. Zwo. Wo gehst du denn hier lang? Boah, hast du schon gehabt. Geil, es sei mal am Start. Ja, das ist halt was anderes. Der ist an mir hinzu. War halt zu schnell. War halt zu schnell. Ja. Mein Name. Nein. Nein. Zwei, stimmt. Scheiße. Lettel, oh wei. Ja, Metal Lettel. Fuck. Komm, ja Niklas. Die Rakete. Ja, ja, hab ich so schön. Ja, genau. Hüpf einfach weiter. Nein. Ja, Niklas, ja. Nein. Nein. Da hab ich einfach weggegrätscht, Junge. Hahaha. Hello. Fiiiiuuuh. Ach so, ne F***. Rock Launcher. Krakete, ey. Nein, ich bin nicht hier! Nein! Juh, wow, die Barrikete, mein Geil. Was ist das? Hast du die Spikes auf tödlich eingestellt? Ja. Ah, da ist er an einer Karte hängen geblieben. Willste... Nein, da hab ich verpasst. Fuck. Los, Tim, du musst es schaffen. Ich schieß dir fast die Abkürzung lang. Fuck. Nein. Nein. Ah, easy. Kein Problem. Der kann mir Kissen runter. Naja, so leicht mach ich es dir nicht, mein Freund. Ja, versuch dein Eis reinzuschießen. Hast du grad schwer verkackt, hab ich das Gefühl. Oh, die Raketen hat dich gerettet, Junge. Geil. Tschüss. Richtig assi. War alles kalkuliert, Junge. Nein. Komm schon, scheiß da drin. Dass du noch mit runtergefallen bist, das war gar nicht schade. Komm schon! Fuck. Na, ich hab's keinen Boost gekriegt, das war nice. Ja. 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 Das hab ich keinen Boost gekriegt. Das war... Boah. Was ist denn? Das war assi. Bloß, Erik. Du schaffst das. Deine Chance. Ja. Ja. Auch Erik. Ja, auch Erik. Echt mal Erik. Fuck, da hab ich's verkackt. Nein, da hab ich's... Ich hab's weggeworfen. Komm Erik. Nein. I believe in you. Nein. Erik ist tot, aber auch André. Ach, das ist Tim. Ja, okay. Du hast betrunken. Vor allem Tim. Ja, das hat's wie Erik gewesen. Die ganze Zeit. Ich hab einen neuen Charakter und der wäre... Nein. Ach, das glaub ich mal. Ja, mal so kurz vorm Sieg. Ey, Mann. Ärgerlich, oder? Mhm. Oh, fest. Nicht spielen. Können wir meine Runde jetzt durchspielen? Eine müssen wir noch. Ja. Jedes Mal den Charakter am Ende. Ich wollte meinen Charakter nicht ändern. Dann noch bei uns. Ja, ach du... Mondo. Hallo? Du bist schon ein Mondo. Geiderhunde, also das in Ruhe. Boah, die hat die magische Berührung. Okay. Ich bin auf jeden Fall richtig rumgelegt. Rätscher. Ne, hab ich glaub ich gewählt. Ne, hab ich nicht gewählt. Andere gewählt. Nicht gewählt. Bing. Das muss einen doch voll irritieren, wie dieser blöde Hund läuft. Na, 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 na. Also mich wird das total irritieren. Loh. Auf jeden Fall gut. Ich dachte, was ist jetzt passiert. Ja, der scheiß Boost, ey. Ich hab überhaupt keine Chance. Geil. Oh, ich hab mich selber aufgehalten. Oh. Tötscher Stachel. Reingehüpft. Ich hab eine Animation so geil, Alter. Ach, wieso jedes Mal mich am Anfang. Grab doch mal wen anders. Jedes Mal, wo ich am Anfang ich gek- Ich bin jede Runde nicht mehr als die letzten 20 Meter gekommen. Oh, wenn nicht krieg ich wieder ein Grappling-Gogel. Ich bin nicht wieder ein Krieger. Ja, geht das. Deckung! Und er trifft genau mich. Ich laufe. Ja! Was soll das jetzt werden? Ganz eiskalt. Doppel einfrieren, wa? Das ist so ein Spann. Eiskalt! Ja, eiskalt. Komm, erfrier ihn. Nein! Ja, genau. Ach, Gott sei Dank. Hat Tim's weg. Nein! Ja, genau! Wo steh ich denn hier? Oh, ich bin lecker. So, ich hab keine Ahnung. Tschüss! Ach, komm! Wie denn? Steht Hauptsache, was dreht auf den Stacheln drauf, ey. Wiii! Das ist eher weg. Doppelte Feuerball! Komm mal, Feuerball! Nein! Boah, ich will nicht wieder beim Boost grepieren. Bitte nicht. BITTE NICHT! Ich bin zu weit hin! Ich bin zu weit hin! Nein! Toll! Na, landest du nur beieinander. Boah! Er kam schon. Erik, du machst das. Geht die Kisten! Ah, schade. Nein! 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 Dirk Bones! Ja! Ach, so Leute. Danke fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Gebt ne Faust nach oben. Ja, gebt ne Faust nach oben. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Schluss! Ciao!